also zum ändern der tasten belegungen muss man wie folgt vorgehen escape drücken hier auf die auf die steuerung klicken hier sekundärwaffe abfeuern klickst du einmal an und belegst eine taste damit in dem fall f1 wenn ich die maus wieder zurücksetzen möchte klicke ich die wieder an und sagt vierte maustaste beziehungsweise klick sie noch mal an und sagt dritte maustaste beziehungsweise das weiß die fünfte klicken wir noch mal an und sagt dritte maustaste so habe ich es eingestellt das war es eigentlich schon zurück zurück und schon kann man mit der gewissen taste abfeuern da geht gerade nicht so und ok gut bis dann tschüss tschüss